Hallo Hallo Test Test Die Aufnahme beginnt Ich klicke Ja 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 Wir wollen mal Auto auf Abruf Deine Kutsche wartet Der Dings Ja Ich hab nämlich auch gehackt vielleicht nicht Das ist das Problem wie soll man das wissen Ja danke dafür Ja Hallo Herzlich Willkommen zurück zu Watch Dogs Ich hab mir mal grad Ein kleines Motorrad Ein kleines Moped ausgeliehen Oder bestellt Und jetzt fahren wir mal Zur Kampagne Und schauen mal wie es da weiter geht Ich bin auch ein bisschen gespannt Muss ich sagen Oh oh Verbrechen erkannt Na komm Jetzt können wir grad nicht Jetzt wollen wir hier grad zur Kampagne Ups War vielleicht ein bisschen laut Sorry So Der große Bruder Ähm Mach mal das Tor auf Ja Und dann starten wir mal Der große Bruder Oh Muss halten Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nicky Bin ich soweit Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday Laut und hemmungslos Jetzt Fürchte ich die Stille Heieiei Tja Wir sind anscheinend Jetzt wieder in Familienmission unterwegs Und unsere Schwester besuchen Die hat uns ja eingeladen Wenn ihr euch erinnert Zu Ja wahrscheinlich dem Geburtstag von unserem Neffen Und jetzt mal sehen Hier hängen auf jeden Fall schon die Luftballons Happy Birthday Jackson Da geht's lang Sie sind wohl hinten im Garten Jo Dann schauen wir doch mal in den Garten Und wehe da gibt's nix ordentliches zu essen und zu trinken Dann los Wie alt wirst du heute? Zehn Nein, du bist noch neun Nein, zehn Neun Zehn Neun Zehn Gut Wenn das so ist, gibt's zehnmal Geburtstagskitzeln Was? Eins Zwei Zwei Zier Fünf Zehn 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 Zwei 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 Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Krieg ich... Krieg ich eine Umarmung? Wow. Bist du... groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich... ich komme sofort nach. Das ist wichtig. Dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Tja, als großer Bruder muss man eben auf seine kleine Schwester aufpassen. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Mh, ja. Lecker Schokokuchen. Trotzdem ein trauriger Grund, hier zu sein. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber... Ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Niki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich, verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Klingelt mein Handy? Ach ne, ihrs. Schauen wir doch mal, was hier noch so rumliegt. Unsere kleine Schwester telefoniert mal eine Runde und wir schauen mal... Oh. Bei Nikis Telefonat zuhören. Super. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind sie? Und was wollen sie? Fühlst du dich sicher, Niki? Alter Schwede, was denn mit ihm los? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal. Ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Niki? Ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. 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 Tja, Kollege, da hast du dich mit der... Mit dem Falschen angelegt. Lokalisiert haben wir jetzt schon. Er will abhauen. Er will abhauen. Jetzt aber fix. Gut, dass das Auto hier vor der Tür stand. Fanschuprake, 124 Dollar. Alter aus dem Weg. Dass meine Familie wieder betraut wird. Und wir haben schon wieder die gleiche Situation. Wir müssen jemandem hinterherfahren und ihn ausschalten. Dieser hier, jetzt haben wir aber ein besseres Auto. Und der hat nicht so das geilste Auto. Wir müssen nur auf die richtige Ampel warten. Auf die Kreuzung. Auf die Kreuzung des Todes. Die neue... Oh, das Handy klingelt. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du magst, ich lass mal 8-1-Di. Aber... Komm zurück, okay? Ich versprecke, ich bleibe nicht wieder aus. Äh... Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm... Du verfolgst ihn also gerade. Das glaub ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort auf... Ups. Ja, hallo? Hör nichts. Ich muss los. Ah! Nein! Alter. Jetzt geh doch mal aus dem Weg, Tante. Ist der jetzt auch runtergesprungen und hat sich das Bein gebrochen? Ähm... Schalten Sie den Profil, um sich reinzuhacken? Dann haben wir einen Deal? Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlöcher erwähnen. Und das kennt. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Oh, oh. Niemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Tja. Hey, bist du weiter mit Dad's Hack? Ich brauche die CTO Essex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hälfte. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also, der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Detsig hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Tja. Der große Bruder haben wir erfolgreich beendet. Mehr Glück. Wir blumen heuer private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Bereit auf jeden Fall. Der nächste Auftrag ist dann wohl, das CTOS zu hacken. Das Kontrollzentrum freizuschalten, damit wir auch hier im Loop dann den Typen finden, der den Typen bezahlt hat, um unsere Schwester hier Angst zu machen. Äh, ja. Oh. Das Rathaus und die Vollzugsbehörden widersprechen dem und sagen, die Gruppe spiele leichtfertig mit Ängsten. Detsig beschreibt sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Hm. Okay. Ein fixer Auftrag noch. Ja, komm, den machen wir noch schnell. Wir nehmen, ja, das, das Auto nehmen wir. Das ist ganz schön. Es ist ernst? Was ist ernst? Waka, waka, waka. So, dann müssen wir wohl wieder den Scans ausweichen. Na, guck mal, hier sind wir wieder mit dem CTOS verbunden, zum Glück. Oh, oh. Na, da kommen wir doch noch raus, ne? Na klar. Machen die eigentlich immer nur zwei Scans? Ja. Tja. Da sind wir wieder geflogen. Mal sehen, ob wir den Fixerauftrag diesmal ein bisschen schneller hinbekommen. Hupsi. Mann, die Autos schlieren aber ein bisschen rum. Puh, Eiswagen. Rennen wir nicht auf die Straße, Junge? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ich muss gerade der Musik zuhören. Ist irgendwie sehr cool. Upsi. Ich war's nicht. Boah. Schon mal was von... Achso, rechts oder links, ja. Man merkt schon, ich bin der beste Autofahrer der Welt. So, dann machen wir mal den Fixerauftrag. Oder was? ein paar fixer brauchen eine ablenkung ich locke die cops raus und spiele den köder klingt nach einem sauberen job jetzt soll ich also mit den fixern zielfahrzeug beschaffen jetzt soll ich den fixern helfen oder was eben sollte ich den einen typen verfolgen und neutralisieren und jetzt auf einmal soll ich hier den fluchtwagen fahrer beziehungsweise den dies ablenkungs kaninchen was auch immer bestellen so zu den angegebenen orten fahren um die polizei anzulocken hallo mann der klingt aber ein bisschen seltsam ist das jetzt hier ist ja wie so ein kleines rennen so mit checkpoints und gleichzeitig können wir noch hin oh gott wow alter schwede das sollte ich vielleicht demnächst mit mehr anlauf machen alles blöd okay also da muss man also mit vollgas so lang fahren das wusste ich natürlich waren jetzt einfach immer mit vollgas ist das ein elektrisch betriebenes auto oder wie ich war nur kurz verwirrt dass ich da wirklich durch den zaun muss und darum habe ich abgebremst und das war fatal und über die rampe geiler scheiß ok ich muss mal hier durch alter schwede jetzt hätte ich gerne irgendwie ein geländewagen 9 von 24 checkpoints alter das hätte ich glaube ich vielleicht auch nicht überlebt oder so oder das auto nicht überlebt aber gut wir fahren einfach weiter wenigstens müssen wir hier nicht mehr über irgendwelche hafen dinger springen gerade aber ich sollte vielleicht nicht zu laut das nicht zu laut sagen weil gleich kommt dann vielleicht wieder sowas aus dem weg ich muss hier gerade mal durch ach die sonne scheint so schön ich würde mich am liebsten in den park legen einfach so müssen wir hier langen oh oh aber die polizei ist ah jetzt ich wollte gerade sagen die polizei hat mich noch nicht ermittelt den hat es erwischt ich glaube ich habe das tor noch geschlossen Luftunterstützung ernsthaft ist wissen beendet 1000 dollar verdient was ist denn jetzt explodiert ich schau mir hier lang blackout und ich habe einen zivilisten getötet das ist nicht gut unser ruf ist schon in richtung beschützer auf jeden fall so einen haben wir neutralisiert zumindest irgendwo so immerhin ich hätte vielleicht drüber fahren soll haben mich doch was alter der schießt auf mich unser auto ist leicht demoliert noch ein zivilisten getötet das ist gar nicht gut ergeben warum denn ich habe doch gar nichts getan ich glaube das wird hier gerade nicht so gut ausgehen ich glaube jetzt ist mein auto explodiert und ich habe das blöde bester auto genommen hier gerade wieder lalala dann ist unser akku jetzt wieder voll fahr doch selbst dran was aus dem weg junge ich muss hier mal kurz weiter fahren da ist noch ein poller hat das die polizisten aufgehalten sehr schön fahr ich mal gerade hier lang wir müssen noch irgendwie den helikopter loswerden ich weiß noch nicht so ganz wie fahren sie sofort ran nein mann ich will nicht ran fahren ranfahren ist für pussys dumm 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 an alle bodeneinheiten verdächtiger ist vom radar verschwunden yeah oh nein du siehst mich nicht du siehst mich nicht oder doch nein lass mich davon gehen nein nein mann mann ist nur mit denen los mhm mhm alter ich glaube ich sterbe jetzt dumm 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 Ah, das ist auf jeden Fall ein besseres Fahrzeug und wir sind ziemlich angeschlagen dieser Helikopter der macht mich ja völlig fertig der ist gegen gefahren Ach, Menno der blöde Helikopter ist ja immer noch da Nein, ihr seht mich gar nicht Kann ich mich hier verstecken? Komm schon, komm schon, komm schon Nein, ihr seht mich nicht Äh, Hilfe Ähm, also Hä, hä, hä Hä, hä, hä Hä, hä, hä Hä, hä, ich glaub, sie finden mich tatsächlich nicht Aber es sind schon ziemlich viele Cops hier Wir stehen hier ganz gechillt ne Runde im Busch Ja, verloren Tja, Jungs und Mädels Cops Ihr seid nicht so gut Würde ich sagen Oh Da ist der Manno Ernsthaft? Na, und? Jetzt haue ich hier einfach alle um Du Sau Kann ich nicht auf ein Polizei-Auto Alter Schwede Ist natürlich ordentlich was los hier Polizei-Auto Ich nehme das mal grad, ne? Tschüss Ein Hochleistungswagen wurde die Verdächtigen hinterher geschickt Ein Hochleistungswagen So, ich fahre mal hier durch Oh, oh Ich bin selbst die Polizei Ach, schön Ah, guck mal Hier ist ein Tunnel Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ach, ne Polizeisperrer hier Auf jeden Fall sieht der Helikopter mich jetzt gerade nicht Aber jetzt wieder Juhu Hier spricht die Polizei Gibt hier nichts zum Verstecken Im Tunnel Versuche ich zu kriegen Mann sind die Polizeiwagen schnell Ist ja richtig geil Voll Juhu Ich glaube wir entkommen Das ist nicht so cool Dass ich jetzt hier die Sirenen wieder angemacht habe Wie habe ich die angemacht? Naja Trotzdem glaube ich Schaffen wir es Na? LF 938 Charlie hier Wir fahren zurück Wuhu Ah Um Gottes Willen Das war eine krasse Verfolgungsjagd Und darum sage ich jetzt ganz schnell Tschüss So Unsere Schwester Und unseren kleinen Neffen Haben wir besucht Und Nebenbei noch rausgefunden Dass sie bedroht werden Und Am Ende noch einen kleinen fixer Auftrag Mit krass langer Verfolgungsjagd Bis zur nächsten Folge Dankeschön Może Much QuDERvt Wenn mir schreve wie dash hungry ảo Untertitelung des ZDF, 2020